Durch die Stille gingen wir, die Hauteinwand war Tausende. Der Mann in der Beziehung ist erkrankt an eine psychische Störung, Krankheit, die wir aber nicht genau wissen, was es ist. Er hat aber diese Krankheit seiner Frau, seiner Partnerin verschwiegen, versteckt, verheimlicht. Und sie hat es irgendwann doch herausgefunden. Und das hat dazu geführt, dass das Paar sich getrennt hat. Ja, ich fühle sehr mit in diesen Abend, wenn ich das sehe, wenn ich das erlebe, weil das viel von uns als Menschen sagt. Und ich glaube, man lernt auch was von sich selbst.